Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von mir her Gameplay-Sards Hobby und zusammen versuchen wir beim Online-Rang-Match Punkte zu kriegen, statt zu verlieren. Aber dennoch machen wir auch immer wieder Wechsel bei den Pokémon, damit es natürlich für euch nicht zu langweilig wird. Und wir suchen jetzt wieder mal den nächsten Gegner. Da haben wir sogar schon einen. Ich habe mich jetzt aber auch vorher nicht warm gespielt, also mal gucken, ob wir gewinnen. Ich spiele nämlich Logok, mal gucken. Huch, aus Kroatien hatte ich ja noch nie einen. Der Dominik mit Mewtwo. Gruppe C5, na wunderbar. Ich habe in der Nachtschicht nämlich letztens auch mal mit dem Logok ein bisschen gespielt und irgendwie ist auch ganz cool. Schauen wir mal, ob es reicht für Online-Match. Bis jetzt schon mal nicht. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon bei dieser Attacke gesagt habe, aber die hasse ich bei dem Mewtwo. Da bin ich hier noch voll in die Fangenarme rein. Na gut, ich muss erst mal warm werden. Hm. Warum? Okay. Irgendwie. Oh, dir ging das nicht so gut. Hey, Devin sieht man immerhin fast fünf Punkte. Hey, Level 42, sehr schön. Wir steigen immerhin so ein bisschen. Na gut, okay. Wie gesagt, wir müssen erst mal warm spielen. Ja, das war Pokémon Techniques auf Nintendo Switch mit Logok und von Nöher Gameplay. Er ist als Hobby und Dominik aus Kroatien. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es, glaube ich, nicht so schwer war gegen mich mit Logok. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft wie immer gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Und hoffe, der läuft dann wieder etwas besser. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.